Let's go! Okay, schönen guten Abend. Mein Name ist André. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen zum Ernährungsworkshop Back to Sports. Workshop oder Informationsquelle, auf jeden Fall geht es um Ernährung, Nutrition. Ich denke, das ist ein Thema, das für jeden interessant ist. Jeder kennt viele Informationen. Meistens hat man zu viele Informationen. Und man kann die dann nicht so wirklich richtig auf sich münzen. Sodass man mehr oder weniger auch durch zu viele Informationsquellen vielleicht auch verwirrt ist. Zu wissen, was kann ich denn genau für mich anwenden. Also es gibt, ich möchte das gar nicht einteilen in richtig oder falsch. Sondern eher in welche Version funktioniert oder kann denn für mich funktionieren. Ich möchte ein bisschen was zitieren. Ihr müsst das Ganze jetzt hier nicht lesen können. Das ist ein bisschen eine Orientierung für mich einfach. Es ist so ein kleines Intro, wo ihr euch vielleicht ein paar Gedanken darüber machen könnt. Weil die Sache natürlich, wie gesagt, sehr individuell sein wird. Und ich werde euch sicherlich auch keine komplett neuen Sachen oder Informationen erzählen oder geben. Sondern vielleicht Herangehensweisen, die für euch einfacher sind. Oder vielleicht auch Herangehensweisen, die ihr in der Vergangenheit schon mal hattet. Die entweder funktioniert haben oder nicht funktioniert haben. Was auch gut ist, wenn man weiß, was zum Beispiel nicht funktioniert. Okay, also das Intro fängt folgendermaßen an. Also Essen im Endeffekt ist ja ein Mittel zum Zweck. Jetzt kommen ein paar Fachbegriffe. Darauf werden wir nachher noch mal ein bisschen näher eingehen. Manche Sachen kommt ihr vielleicht klar. Manche Sachen fragt ihr euch. Diese Mittel sind Werkzeuge wie Makro- und Mikronährstoffe. Das sind bestimmt Begriffe, die ihr schon mal gehört habt. Auch solche Sachen wie Kalorienüberschuss oder Kaloriendefizit. Definitiv so etwas wie eine Auswahl an Lebensmitteln. Und wie gesagt, ich möchte es, also ich wiederhole es nochmal gerne. Für mich gibt es keine schlechten oder guten Lebensmittel. Wie gesagt, wir werden nachher noch mal ein bisschen näher ins Detail bei der ganzen Sache gehen. Was daran wichtig ist, ist, bei dem Zweck handelt es sich immer darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und dieses Ziel, das ihr erreichen wollt, das ist was sehr Individuelles. Und das können wir auch gerne mit dem Training vergleichen. Dadurch, dass es meistens so zwei parallel laufende Straßen gibt. Wenn wir das in diesem Kosmos jetzt mal vergleichen wollen, ist die eine Straße Training. Training, die finde ich einfacher definierbar ist, wie die Straße Essenszufuhr oder Ernährung oder Nutrition, wie wir das nennen wollen. Aber jeder von euch hat ein bestimmtes Ziel, warum er oder sie trainiert, regelmäßig ins Training geht. Das darf jeder für sich selber auch definieren. Genauso ist es beim Essen wahrscheinlich auch, dass man ein gewisses Ziel hat. Manche gehen vielleicht auch komplett ohne Gedanken in irgendeine Mahlzeit rein. Aber ich denke mal, viele fragen sich bei Lebensmittelauswahl, vielleicht beginnt es dann schon beim Zettelschreiben, bevor man in den Supermarkt geht oder spätestens, wenn man im Supermarkt ist, irgendwelche Gedankengänge. Man hat so eine riesige Auswahl an Lebensmitteln. Welche soll ich jetzt nehmen? Auf welche Werte soll ich da jetzt Acht geben? Also auch wieder hier verfolgt jeder individuell ein bestimmtes Ziel. Und jetzt habe ich was gefunden. Das habe ich von einem Mentor von mir mehr oder weniger übernommen. Ich lese das einmal kurz ab, damit ich es genauso rüberbringe, wie ich es vorbereitet habe. Und das beschreibt die Sache relativ gut. Und also die Frage, die man sich selber stellen sollte, ist, wie schaffe ich es, mein Ziel so zu erreichen, dass die Opfer dafür relativ klein ausfallen, um dann herauszufinden, ob diese notwendigen Opfer überhaupt das Ganze wert waren. Das kann man ja mal kurz überdenken. Also das heißt, warum gehe ich überhaupt in so eine Sache rein? Also das Wie und das Warum gehe ich in die Sache rein? Und diese Opfer, die ich bringe, sagen wir einfach mal, man nimmt sich vor, ab morgen ändere ich diesen einen Punkt und möchte eine gewisse Sache abstellen. Die Schokolade nach dem Abendessen jedes Mal zu essen. Und wie viel Opfer muss ich dafür bringen, um da eben ranzukommen? Ist es eine sehr krasse Entscheidung, die ich da treffen muss? Oder ist es eine Entscheidung, die mir leicht fällt? Und das darf sicherlich jeder für sich einzeln beantworten, in welche Richtung die ganze Sache dann gehen soll. Ob einem das super schwer fällt oder ob das eine leichte Entscheidung ist. Und das ist auch wieder was, wie die meisten Sachen, sehr individuell ist. Diese Opfer, die man bringt, das ist, glaube ich, die schwierigste Entscheidung an der ganzen Sache. Ich möchte das Ganze so beenden, dass man ja, wenn man bestimmte kleine Ziele erreichen will, hat man ja mehrere Möglichkeiten, um zu überprüfen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Körpergewicht geht nach unten, Körpergewicht geht nach oben, ich fühle mich besser, die Mahlzeit liegt mir schwer im Magen. Unterschiedliche Faktoren, die darauf abzielen, hat es mir jetzt gut getan oder hat es mir nicht gut gefallen. Ein bestimmtes Körpergefühl ist, glaube ich, relativ entscheidend, was man vom Körper für ein Feedback bekommt. Und noch so ein Satz, den man, glaube ich, auch sich auf die Fahne schreiben kann, ist, wenn man schon eine gewisse Sache forcieren möchte, dann sollte man versuchen, und da sieht sich, glaube ich, jeder selber wieder, so lange durchzuhalten, bis irgendwelche positiven Erscheinungen eintreten. Irgendwelche minimalen Kleinigkeiten, die passieren. Ob das jetzt ein Gewicht auf der Waage ist, ob das irgendwas Positives ist an einer Kleidergröße, ob man sich positiver im Spiegel wieder sieht oder ob man einfach am nächsten Tag wieder aufsteht und sagt, ich fühle mich einfach heute besser, als ich mich gestern gefühlt habe. Also so Kleinigkeiten. Es müssen nicht die fünf Kilo weniger sein, die ich unbedingt haben will, weil es ist ja ein gewisser Weg, der dahin geht. Genauso auch, wenn jemand sagt, vielleicht ist Muskelaufbauen ein Thema für mich, das Interessantes. Genauso möchte die Person vielleicht einfach mit dem Gewicht nach oben gehen und hat genau die gleichen Schwierigkeiten wie jemand anders, die eben mit dem Gewicht nach unten gehen will. Okay. Das Ganze soll so strukturiert sein, dass man nachher von mir sieben Punkte bekommt, die ich rausgesucht habe, die man mitnehmen kann. Nicht alle sieben werden für euch funktionieren, deswegen gehe ich jetzt erstmal auf eine individuelle Ausgangssituation aus. Also jeder von euch hat eine gewisse Genetik, die könnt ihr nicht ändern. Das ist die Körpergröße, es ist nämlich schnell ab, nämlich schnell zu. Ihr habt da einen gewissen Prozentsatz der Genetik, die das ausmacht. Bei mir ist es beispielsweise so, wenn ich jetzt einfach mal das Ganze in den Vordergrund kurz rücke, ich war jetzt drei Wochen im Urlaub und wenn ich im Urlaub bin und mich weniger bewege und vielleicht auch den Rhythmus des Essens anders steuere, dann habe ich am Ende der drei Wochen drei Kilo weniger Körpergewicht. Bei anderen, die haben am Ende des Urlaubs fünf Kilo Übergewicht. Ja, könnt ihr nicht ändern. Es ist einfach eine gewisse Sache, die sich bei euch einstellt. Das ist das Thema Genetik. Damit müssen wir klarkommen. Punkt Nummer zwei ist die Kindheit. Wie bin ich aufgewachsen? Was gab es früher für Lebensmittel? Was haben meine Eltern mir eingekauft? Was bin ich gewohnt? Gab es süßen Sprudel? Gab es Süßigkeiten? Sind wir irgendwie zum Fastfood-Restaurant gegangen oder was auch immer? Ich denke mal, diese beiden Punkte sind die, die in den ersten Jahren des Lebens einen sehr stark prägen. Kann, glaube ich, jeder bestätigen. Dann die Frage, was bin ich für ein Stoffwechseltyp? Bin ich jemand, der was verändert bei der Ernährung? Da findet schnell eine Veränderung statt oder dauert diese Veränderung lange? Ich habe auf diesen Punkt hier, den dritten Punkt, auf die ersten beiden Punkte habe ich wenig Einfluss. Auf den dritten Punkt habe ich auf jeden Fall mehr Einfluss. Dann habe ich so etwas wie einen Biorhythmus, den man sich meistens auch antrainiert, aber der ist wahrscheinlich auch irgendwo in der Genetik behaftet. Bin ich jemand, der morgens extrem fit ist und früh aus dem Bett kommt und mir Zeit nehmen kann, beispielsweise um ein Frühstück vorzubereiten oder habe ich Schwierigkeiten damit? Ich hatte es vorher ganz kurz eher scherzhaft erwähnt, aber solche Aussagen wie nach 18 Uhr darf man keine Kohlenhydrate mehr essen, ist ja eine viel zu pauschale Aussage. Hat sicherlich jeder schon gehört, aber was heißt 18 Uhr? Wer weiß denn, wie viele Stunden meinen Tag jetzt bis 18 Uhr schon hatte? Vielleicht bin ich ja auch ein nachtaktiver Mensch. Also deswegen auch wieder was Individuelles, Biorhythmus. Und genauso auch das Thema Alltag und Tagesablauf. Ich habe eine bestimmte Zeit, wo ich arbeite, ich habe eine bestimmte Zeit, wo ich Freizeit habe und ich habe eine bestimmte Möglichkeit, mein Essen irgendwie zu timen. Und daran muss ich mich orientieren. Da bringt es mir nichts, wenn es irgendwelche super tollen, erfolgreichen Programme gibt für Gewichtsabnahme, wenn das nicht in meinen Tagesablauf einpasst. Wie beispielsweise Intermittieren des Fasten oder sowas. Das kann funktionieren, aber wenn ich jemand bin, der morgens aufsteht und immer schon gefrühstückt hat, weil das in meiner Kindheit eben so verankert war, dann wird mir das schwerfallen, zum Beispiel bis 12 oder 13 Uhr nichts zu essen. Und jemand anderen, der sagt, super, ich habe früher sowieso eh nie gefrühstückt, das war bei mir und uns nie ein Thema, dann wird es der Person leichter fallen. Also das sind auch Punkte, die man beachten soll. Und wenn man Sachen ausprobiert, wird man auch merken, arbeitet man gegen sein Naturell oder arbeitet man so in seinem Rhythmus drin selber. Also auch wieder hier als Abschluss von diesen Ausgangssituationen. Die Frage nach dem Warum. Warum? Also was, ich nehme jetzt einfach mal den Überbegriff Gewichtsabnahme. Das soll sich auch jeder selber natürlich fragen, warum bin ich mit meiner aktuellen Situation unzufrieden? Wo soll die Reise hingehen? Ich glaube, wenn man sich das beantworten kann, ich möchte 5 Kilo abnehmen, weil ich dann denke, dass ich mich selbstbewusster fühle beispielsweise. Oder weil ich dann denke, dass ich mit der anderen Kleidung, die ich mir kaufen kann, dass ich dann einfach einen positiven Effekt habe auf was auch immer. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, der Hintergedanke. Warum will ich das? Wenn ich jemanden gegenüber von mir sitzen habe und die Person sagt, ich möchte ein Gewicht haben von 59 Kilo, dann will ich aber wissen, warum? Wieso diese Zahl? Wieso 59 Kilo? Warum muss das? Und das ist nicht einfach zu beantworten. Da muss man sich auch vielleicht mal hinsetzen und sich selber mal fragen, warum will ich da hin? Vielleicht habe ich ja einen positiven Gedanke, dass ich mit dem Gewicht vor 5 Jahren, als ich 59 Kilo habe, mich sehr gut und positiv daran erinnern kann, dass ich mich dabei besser gefühlt habe. Das ist eine gute Begründung. Aber nur weil jetzt irgendein System vorschreibt, dass ein Gewicht passend zu dieser Körpergröße dann positiver auf meine Gesundheit vielleicht sein könnte, ist vielleicht ein bisschen zu schwammig die ganze Sache. Okay, dadurch, dass man heutzutage sehr moderne Hilfsmittel hat, ich habe einfach mal ein paar Hilfsmittel aufgeschrieben, die man nutzen kann und viele von euch werden diese Sachen haben oder man hat den Zugang dazu, die man auf jeden Fall einsetzen sollte, sind sowas wie Smartwatches, die Schritte zählen, die mir sagen, wie aktiv war ich heute, die mich motivieren können. Da gibt es alle möglichen spezifischen Sachen, man kann sich ohne Ende damit beschäftigen, wie intensiv man sich damit auseinandersetzen möchte, ist einem selber überlassen, Herzfrequenzmonitore, damit man beim Training weiß, wie intensiv ist der Sport, den ich mache, passt es zu meiner Ernährungsweise. Klar, man kann noch spezifischer in die Sache reingehen, man kann sich auf eine Körperfettwaage draufstellen, dann hat man noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen als nur das Körpergewicht. Und natürlich kann man auch, von manchen mögen das vielleicht extrem finden, man kann natürlich auch sein Essen abwiegen. und irgendwann mal lernt man, dass man weiß, wie viel sind 200 Gramm Reis, wie viel ist 100 Gramm Putenschnitzel. Am Anfang muss man es vielleicht wiegen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, aber das sind auf jeden Fall, glaube ich, Erkenntnisse, die man braucht. Und alle möglichen Apps natürlich, die einen beispielsweise daran erinnern, du hast seit zwei Stunden nichts mehr getrunken, trink einfach was. Also, wenn man nicht die Möglichkeit hat, an alles Mögliche zu denken, helfen einem solche Kleinigkeiten besser auf den Weg zu kommen. Man muss es nicht übertreiben, aber man kann es sich zur Hilfe nehmen. Okay, kommen wir jetzt mal zu den Tipps. Also, ich habe mal das Ganze ein bisschen von der Reihenfolge so festgelegt, wie ich eine Priorität gut finde, beziehungsweise wie wenig das Ganze beachtet wird und was es für eine extrem gute Auswirkung haben kann. Also, Punkt Nummer eins bei mir sind Schritte sammeln. Jeder von euch kennt so dieses, man soll 8.000 bis 10.000 Schritte am Tag machen. Es ist auch eine sehr gute Kennzahl. Und wer von euch einen Tracker hat oder eine Smartwatch oder was auch immer, wo das angezeigt wird und das immer wieder anschaut, sieht, dass man natürlich aktivere Tage hat und weniger aktive Tage. Und es ist im Endeffekt indirekter Sport, der euch ja nicht wirklich anstrengt. Also, im Endeffekt einfach nur zu sagen, ich versuche, mich so viel wie möglich am Tag zu bewegen, ohne dass es jetzt wirklich der aktive Sport ist. Also, ich parke mein Auto einfach ein paar Parkplätze weiter weg und laufe das letzte Stück im Optimalfall, wir haben ja jetzt hier das beste Beispiel, ins Studio rein und parke nicht direkt vor der Türe. Und das kann ich halt überall so einsetzen. Ich kann es beim Supermarkt einsetzen. Ich kann versuchen, einfach das Auto, wenn es möglich ist, irgendwie stehen zu lassen, zu Fuß zu gehen, mit dem Fahrrad. Das wird nachher alles sich in Schritten niederschlagen und je nachdem, wie viel eigenes Körpergewicht man selber mitbringt, was man von Stoffwechsel hat, kann man sich bis zu 500 Kalorien, also kann man bis zu 500 Kalorien einfach nur durch Schritte machen, verbrennen. Und das ist super simpel, weil das ist null anstrengend. Und wenn jeder sich einfach nur sagt, ich versuche einfach jetzt mehr Schritte zu machen, als ich die letzte Woche gemacht habe und versuche mich an 10.000 Schritte zu orientieren, dann wird sich das auf jeden Fall positiv widerspiegeln, weil es ja immer, und der Punkt kommt dann auf der anderen Seite, wird es immer eine Kalkulation sein von Lebensmitteln, die reinkommen und Bewegung, die ich selber fabriziere. Und dadurch schaffe ich es, eben entweder ein Gleichgewicht zu erzeugen, einen Überschuss zu erzeugen, ich hatte vor, die Begriffe kurz, oder ein Defizit zu erzeugen. Also das ist der Punkt, Schritte sammeln, so viel wie möglich. Punkt Nummer zwei sind, und das wird auch gerne unterschätzt, dass man keine Flüssigkalorien zuführen soll. Ich nehme da immer gerne ein Beispiel wie Cappuccino. Cappuccino, Kaffee, Milch rein, Flüssigkalorien. Kaffee selber, keine Kalorien. Cappuccino, Latte Macchiato, sehr viele Kalorien. Die kann ich aber irgendwie anders managen. Natürlich bringt euch das nichts, wenn ich sage, anstatt dem Cappuccino trinkst du jetzt schwarzen Kaffee. Weil das will natürlich niemand. Da geht es ja auch um Geschmack. Aber ich kann diese Kalorien, die jetzt in dem Fall aus dem Lebensmittel Milch kommen, beziehungsweise kommt dann vielleicht noch Zucker oder sowas rein, kann ich versuchen zu überdenken, irgendwie anders zu managen. Es gibt Ersatzmilchprodukte, die ähnlich schmecken, aber viel weniger Kalorien haben, beispielsweise Mandelmilch. Ob das dann vom Geschmack her genauso für euch ist, wie der Cappuccino, den ihr sonst trinkt, müsst ihr selber rausfinden. Aber es lohnt sich definitiv, das Ganze zu überdenken. Genauso auch alle anderen Flüssigkeiten, die ihr den Tag über zuführt, die nicht Wasser sind, beziehungsweise was kein Zero-Getränk ist. Also da könnte man jetzt nochmal einen eigenen Vortrag darüber machen. Sind Zero-Getränke gesundheitsschädigend oder sind sie gut? Definitiv haben sie keine Kalorien. Also kann man sie auf jeden Fall schon mal als Erwägung mit reinziehen, weil sie werden definitiv nicht meine Kalorien nach oben jagen. Also deswegen Ernährungsberatung, man vergisst gerne, dass in den Flüssigkeiten eben auch Kalorien versteckt sind. Dann Punkt Nummer drei, den mag niemand den Punkt, Meal Prep. Essen vorbereiten, im Optimalfall Essen vorkochen oder zumindest mal vorplanen, dass man weiß, morgen steht der Tag auf dem Programm, ich muss von da bis da arbeiten, da habe ich die Aufgaben, da habe ich die Aufgaben und einfach nicht zu sagen, ich lasse es auf mich zukommen, meine Mahlzeit Nummer eins, meine Mahlzeit Nummer zwei, vielleicht gibt es drei, vier, fünf und sechs, völlig egal. Eher sich vorzubereiten auf den Tag und zu sagen, okay, vielleicht schaffe ich es nachher nicht, irgendwas Gesundes zu essen. Im Optimalfall bereite ich mir was vor und nehme das mit. Oder Schrägstrich, ich nenne es jetzt mal healthy Fast Food, also Essen, das relativ schnell geht, aber das eben auch von der Kaloriendichte her so positiv ist, dass ich es irgendwo mir besorgen kann, ohne dass ich jetzt was selber vorbereitet habe. Also, beide Sachen sind gleich viel wert. Hier muss man vielleicht in einem Umfeld unterwegs sein, wo es wirklich auch sowas gibt, wo man sagt, okay, ich habe die Möglichkeit, dann ein Mittagessen oder ein Abendessen mir zu besorgen. das passt von den Werten her, welche Zielsetzung ich auch immer habe und wenn ich weiß, dass das nicht der Fall ist, dann kaufe ich mir die Lebensmittel ein, habe die im Kühlschrank, bereite mir die vor und nehme die mit. Klar sage ich das jetzt so einfach, aber es ist natürlich jeden Tag eine bestimmte Bemühung, das so zu machen. Es wird sich aber natürlich hinten raus auf jeden Fall lohnen, lieber einmal mehr vorbereitet zu sein und vielleicht eine Banane, einen Apfel, einen Riegel, einen Joghurt oder was auch immer im Auto drin zu haben, im Handschuhfach drin zu haben, in der Tasche drin zu haben, wie wenn ich das einfach nicht habe und dann sage, schauen wir mal, was es da gibt, wo ich da bin. Also das ist meistens schwierig. So, dann habe ich Punkt Nummer 4, Proteinzufuhr erhöhen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten gar nicht wissen, wie viel Protein sie zuführen beziehungsweise schon zweimal nicht wissen, wie viel denn gut ist, was man denn zuführen sollte. Deswegen lohnt es sich definitiv, darüber zu sprechen. A, ist Protein gut? Antwort ja. Wie viel Protein soll ich zuführen? Hängt davon ab, wie viel ich mich bewege, was ich für ein Trainingstil habe, aber definitiv haben die meisten eine viel zu niedrige Proteinzufuhr, die natürlich immer wieder extern passieren muss. Also ich muss das immer von außen zuführen. Der Körper kann es nicht selber produzieren und deswegen muss ich mich darum kümmern. Und wenn ich dann nachher zu dem Thema Essen, Tracken komme, auch so ein Thema, das manche gerne machen, aber die meisten eher ihre Mühe damit haben, lohnt es sich definitiv, vielleicht einfach mal nur zu schauen, wie viel Protein nehme ich denn tagtäglich zu, was habe ich für einen Wochendurchschnitt und was habe ich für Möglichkeiten, das zu erhöhen. Einfach nur durch normale Lebensmittel. Also das wird auf jeden Fall auch funktionieren, weil es ist selten ausreichend. Punkt Nummer 5 ist an sich für mich relativ selbstverständlich, aber für viele eben nicht, dass man seine Lebensmittel einfach kennt, dass man weiß, wo ist was drin, was ist eine Proteinquelle, was ist eine Kohlenhydratquelle, was ist eine Fettquelle und auf der Nährstofftabelle hinten steht ziemlich viel drauf. Es steht auch ziemlich viel drauf, wo wir keine Ahnung haben, was es ist, aber wir können es auf jeden Fall mal in drei Kategorien einteilen, wenn wir einen Teller vor uns haben, dass wir sagen, okay, das ist vielleicht hier eine dominante Kohlenhydratquelle, das ist eine Proteinquelle und das ist eine Fettquelle. Dass ich einfach das auf dem Teller schon mir selber vor Augen führe und sage, okay, das ist das, das ist das, das ist das, es ist alles vorhanden und es funktioniert in jeder Variation auch, aber einfach um mir zu sagen, okay, ich habe da jetzt nichts vergessen, es ist das vorhanden, was ich haben will und vielleicht sollte man den Abschluss von diesem Proteinzufuhr erhöhen, sollte man das Protein, den Spruch habe ich gut gefunden, zum Star seiner Mahlzeit machen. Also, dass die Proteinquelle einfach nicht von der Menge unbedingt, sondern einfach optisch für euch immer klar sichtbar ist, dass ihr sagt, okay, hier bin ich safe, das ist die Proteinquelle und das in jeder meiner Mahlzeiten. Ob das ein Frühstück ist, ob das eine Zwischenmahlzeit ist, ob das ein Abendessen ist, ob ich, wenn ich wo essen gehe, suche ich mir vielleicht meine Mahlzeit auch in der Karte so raus, dass ich weiß, okay, da ist die dominante Proteinquelle. Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, vegane Produkte, vegetarische Produkte, was auch immer. Fünf haben wir durch, dann machen wir nochmal zwei. Punkt Nummer sechs, Kaloriendefizit, Kalorienüberschuss. Könnte ich an sich auch als Oberbegriff zu allen Punkten nehmen. Das kennt sicher auch jeder, ich habe es vorher kurz schon erwähnt, das wird immer funktionieren. Also ich bewege mich am Tag, ich mache Sport, ich gehe spazieren, ich gehe zur Arbeit, ich laufe in der Wohnung hin oder her, ich laufe mit dem Hund, was auch immer. Es kommen gewisse Kalorien zustande. Ich habe einen gewissen Grundumsatz, das ist im Endeffekt, das sind die Kalorien, die verbrannt werden, also man sagt gerne Komakalorien. Wenn ich im Kummer liegen würde, würde ich genau diese Kalorien verbrennen. Ich bewege mich nicht, meine Blutzirkulation ist da, mein Stoffwechsel ist da, meine Atmung ist da, meine lebensnotwendigen Vorgänge laufen ab. Das ist mein Grundumsatz. Den kann ich erhöhen, indem ich zum Beispiel mehr Krafttraining mache. Und dem gegenüber steht die Zufuhr meiner Kalorien. Essen, vorher habe ich über die Trinkkalorien gesprochen, und dann habe ich einfach eine mathematische Rechnung. Ich verbrauche 2000 Kalorien am Tag und ich esse 2300 Kalorien am Tag. Nehme ich zu. Andersrum, nehme ich ab. Wurscht, was ich gegessen habe. Also es ist nicht wichtig, was der Inhalt war, sondern es wird immer so sein, ganz normal mathematisch, ich nehme zu oder ich nehme ab. Was ich zunehme und was ich abnehme, klar, da kann man noch mal ein bisschen ins Detail gehen, aber um jetzt zu sagen, ich will Körpergewicht abnehmen, muss ich diese Werte alle wissen. Ich muss meinen Grundumsatz wissen, ich muss meinen Verbrauch wissen, durch Bewegung, durch Sport, durch was auch immer, und muss das ins Verhältnis setzen und dann kann ich versuchen, anzupassen. Dann kann ich langsam versuchen, locker in ein Kaloriendefizit zu gehen und ich werde dabei auch nicht hungern, sondern ich werde einfach nur ein bisschen unter diesem Wert sein und dann versuche ich nach und nach, jeden Tag zu beobachten, was mit meinem Körper passiert. Wie fühle ich mich dabei? Wie verändert sich mein Körpergewicht? Wie verändern sich meine Körperumfänge? Und im Endeffekt muss es nicht extrem sein, also nicht dieses von 0 auf 100, dass man sagt, heute oder die letzten Wochen habe ich das Gefühl, alles war schlecht, ab morgen wird alles besser, ich muss alles ändern, komplett. Ich muss nur eine Sache ändern. Ich muss im Endeffekt nur, wenn ich Körpergewicht abnehmen will, vielleicht sagen wir 100 Kalorien ins Defizit gehen. Aber diese Hintergrundinformationen haben die wenigsten von sich selber. aber ich könnte das jetzt hier alles ausfüllen und euch in 10 Minuten eure Kalkulation errechnen und euch sagen, ob ihr euch momentan in einem Defizit befindet oder ob ihr euch in einem Überschuss befindet. Die meisten sind eher so relativ ausgeglichen, mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter. Das Körpergewicht bleibt immer gleich, es verändert sich eigentlich gar nichts. Dann geht man vielleicht irgendwelche extremen Diäten ein, die es ja zuhaufe an der Zahl gibt und dann ist man natürlich in einem Defizit, aber in einem viel zu extremen, sodass man das nicht lange durchhält, weil man wieder zurück in das alte Muster rein will. Also man nimmt einfach eine kleine Portion davon und versucht in die richtige Richtung zu gehen. Okay, also der abschließende Punkt von den sieben sind Supplements. Im Endeffekt waren wir vorher schon bei dem Thema beim Protein, aber natürlich gehören die Mikronährstoffe genauso auch noch dazu. Auch hier könnte man natürlich alles reinladen, muss man aber natürlich nicht, sondern man muss natürlich wissen, von welchen Supplements profitiere ich. Brauche ich was, um schneller zu regenerieren? Will ich besser schlafen? Will ich einfach meine Lebensmittel? Habe ich mein Frühstück verpasst? Das einfach hinzubekommen, da von einem Punkt zum nächsten zu gehen. Das Thema Mahlzeiten vorbereiten und planen, habe ich vorher schon kurz erwähnt, kommt einfach hier nochmal. Und im Endeffekt sollte man sich auf die großen Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette und Proteine konzentrieren und diese versuchen in Einklang zu bringen oder so zu errechnen, dass man eben dem Trainingsziel oder dem allgemeinen Ernährungsziel näher kommt. Und unsere Kohlenhydrate, unsere Fette, um es kurz runterzubrechen, sind im Endeffekt unsere Energiequelle. Wir werden wahrscheinlich eine von beiden Quellen besser vertragen. Wahrscheinlich sind wir ein Stoffwechseltyp. Viele unter uns, die besser Kohlenhydrate vertragen, viele vertragen die Fette besser, selten ist es beides und die Proteine kommen sowieso immer on top. Und so fülle ich meine Kalorien einfach über den Tag auf und versuche so gut wie möglich an diese Werte ranzukommen. Dann kommt das temporäre Tracken, einfach zu sehen, okay, bin ich in diesem Muster drin, schaffe ich es da ranzukommen oder bin ich 500 Kalorien entfernt davon. Dann versuche ich mich langsam hochzuarbeiten. Und bin dann vielleicht noch 400 entfernt, bin noch 300 entfernt und es ist ein Prozess, der von einer Woche und von einem Monat zum nächsten immer weiter geht und hoffentlich in die richtige Richtung funktioniert, um das Ganze eben, wie gesagt, positiv zu gestalten. Ziele definieren, habe ich nochmal erwähnt. Das sollte man natürlich von vornherein direkt mal machen, um auch zu wissen, wo soll das Ganze im Endeffekt hingehen. Okay, kommen wir hier zum letzten Punkt. Es wird jetzt bei dem Online-Vortrag hier schwierig sein, Fragen zu stellen. Deswegen habe ich mir einfach hier mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die wahrscheinlich als Fragen kommen werden. Mit euch kann ich nachher nochmal auf ein paar Fragen eingehen, wenn ihr welche habt. Dann können wir die direkt stellen. Die anderen haben die Möglichkeit, sich an Topsports zu wenden oder sich an mich direkt zu wenden, um einfach dann nochmal zu sagen, okay, der hat jetzt relativ viel erzählt zum Thema Ernährung. Viele Sachen wusste ich, viele Sachen waren Wiederholungen, viele Sachen waren vielleicht ein bisschen neuer, aber bei mir ist der Fall XY. So oder so sieht es aus. Ich ernähre mich vegetarisch, ich ernähre mich vegan. Was muss ich beachten? Ich habe eine Unverträglichkeit. Was muss ich beachten? Also das sind natürlich, was heißt Ausnahmen? Ausnahmen sind es nicht. Es sind Sonderfälle, die man vielleicht nochmal im Detail genauer betrachten muss. Viele haben Ausgangssituationen, was die Hormone, was die Organe angeht, müssen regelmäßig Medikamente zuführen. Das sind alles Einflussfaktoren auf die Ernährung, die die Sache definitiv schwieriger machen. Auch jemand, der sich vegan ernährt, kann das alles positiv abdecken, muss sich aber einfach noch besser auskennen, weil einfach verschiedene Nährstoffe in tierischen Lebensmitteln häufiger vorkommen und einfacher zuzuführen sind. Wenn sich aber jemand dafür entschieden hat, diesen Weg zu gehen, aus wem Grund auch immer, dann muss die Person sich einfach nur, was heißt nur, besser auskennen. Wissen, welche Supplements gehören da nochmal dazu und kann genauso auch erfolgreich abnehmen, kann auch erfolgreich zunehmen, aber ohne diese Basisinformationen funktionieren. Ich würde mich einfach mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, wenn jemand sich sportlich betätigt, vegan unterwegs ist oder vegetarisch unterwegs ist, wird es ohne Supplements gar nicht funktionieren. Also unwahrscheinlich. Verdauungsproblematik auch. ist natürlich dann, kann auch ein sehr medizinisches Thema dann nachher sein. Ich würde das alles, wenn es in irgendeine Richtung davon geht, es erstmal medizinisch abklären lassen, um dann zu sagen, okay, das ist meine Ausgangssituation, damit muss ich klarkommen und man versucht, das Ganze dann so anzupassen, dass es trotzdem umsetzbar ist, vielleicht nicht wie bei jemandem, der dieses Thema nicht hat. Dennoch gibt es immer Lösungen und es gibt immer Wege, die dann trotzdem auch funktionieren. und es kann trotzdem dann in eine sehr positive Richtung gehen. Okay. Dann schaue ich mal, ob es noch einen Punkt gibt. Jetzt kommen vielleicht ein paar Fragen. Vielleicht kommen jetzt hier aus der Runde ein paar Fragen, die auch für die anderen Zuschauer interessant sind. Habt ihr was? Ja. Gibt es eine günstige Variante, Schritte zu zählen, abgesehen von irgendwelchen teuren Uhren? Günstige Uhren. Günstige Uhren, wiederholen. Also genau im Sinne von, dass die das genau messen, aber mit deinem Handy wird es funktionieren. Okay, aber das müsste ich ja dann immer bei mir tragen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du das Handy immer bei dir hast, ist sehr hoch. Okay. Also die günstigste Variante ist, das Handy immer bei sich zu haben. Das ist sehr wahrscheinlich. Und die, also, soweit ich Kenntnis davon habe, ist auf jedem Handy so eine Aktivitäts-App installiert, wie auch immer die heißt, kommt auf das Device drauf an. Und die musst du einfach nur aktivieren. Und dann sagt die dir am Ende des Tages auch, wie viel Bewegung du hattest. Ja, also, wenn du da nichts extra kaufen möchtest, ist eine App sicherlich der einfachste Zugang. Ja. Das war die Proteine. Ja. Der Magerquark, Thunfisch und Wipzer. Hast du mal ein paar Beispiele? Okay. Okay. Also es kam gerade die Frage nach Proteinen. Die zwei Klassiker wurden genannt. Magerquark und Thunfisch. Manche essen das auch gerne in Kombination. Ihr könnt euch schon vorstellen, dass das eine sehr trockene, nicht leckere Angelegenheit wird. Also, klar. Also ich würde einfach mal sagen, alle tierischen Quellen funktionieren. Dann hast du alle Milchprodukte, die funktionieren. Dann hast du natürlich alle Hülsenfrüchte, wie Erbsen, Kichererbsen, Bohnen, alle Art von Bohnen, die funktionieren. Nüsse funktionieren auch. Also ich zähle jetzt einfach mal Lebensmittel auf, die sehr viel Protein enthalten. Aber oft ist es halt so, und das ist dann nachher einfach die Kombination deiner Lebensmittel oder deiner Auswahl, dass diese Lebensmittel gleichzeitig, wie Nüsse, auch noch viel Fett haben. Was nicht schlimm ist, aber man muss sich das Ganze einfach nur bewusst machen, dass es halt einfach so ist. Es kommt halt einfach in der Natur so vor. Milchprodukte sind wahrscheinlich in einer großen Menge für den erwachsenen Mensch auch nicht so positiv, weil es einfach an sich von dem Grundgedanke her, was ist, was einem beim Aufwachsen hilft, wenn wir an Muttermilch und sowas denken. Wir haben ja in sich, in unseren Kühlregalen, viel zu viele Milchprodukte, die brauchen wir nicht alle. Und dann haben wir noch zu viele Unterschiede. Das heißt, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und ich sage dir, kauf Quark, dann hast du 30 Packungen Quark, die dich anschauen und du fragst dich, welche Packung soll ich jetzt nehmen, falls du überhaupt eine nimmst. Aber das sind jetzt zum Beispiel, also wenn man schon mal ins Internet geht, kann man einfach nach Proteinquellen googeln und du wirst tierische wie pflanzliche Proteinquellen bekommen und hast dann die Möglichkeit, sie dir einfach individuell zusammenzustellen. Klar würde ich jetzt aus, aus der Sicht, wo haben wir die besten, ist jetzt schwierig, aber wenn du tierische Produkte nimmst, wirst du immer eine bessere Nährstoffdichte in Richtung Protein haben, wie wenn es nicht tierische Produkte sind. Das ist einfach Fakt. Auch die Aminosäurezusammenstellung ist bei tierischen Produkten positiver. Das heißt, ich muss im Endeffekt, wenn ich keine tierischen Produkte essen möchte, mehr, viel mehr, viel, viel mehr von den pflanzlichen Proteinquellen zuführen. Also in Menge, in Grammangaben. Das geht, das wird auch nicht dramatisch sein, sodass der Darm das nicht verarbeiten kann. Das muss einfach einem nur bewusst sein. Also das heißt, jemand, der sich tierisch ernährt, wird es in dem Fall einfacher haben. Kann gut funktionieren. Ja. Petra? Ich habe zwei Fragen. Nummer eins, mit welcher Formel berechnest du den Grundumsatz? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche. Und Nummer zwei, in welchem Verhältnis soll ich sagen, sollen die Makros so im Tagesbedarf so grob sein? Die Frage war, mit welcher Formel ich den Grundumsatz berechne. Und die zweite Frage war, in welchem Verhältnis die Makros sein sollen. Okay. Die erste Frage beantworte ich mit im Endeffekt nämlich das Körpergewicht. Berechne sie, also, wenn ich jetzt genau meine Formel sagen würde, dann Es gibt verschiedene Formeln, die auch alle funktionieren. Ich habe für die Berechnung eine Formel gefunden, die super entspannt läuft, die eine sehr komplexe im Hintergrund hat. Man rechnet einen Faktor 22 mit dem Körpergewicht und dann habe ich ungefähr meinen Grundumsatz und dann multipliziere ich das mit meinem Arbeitsumsatz oder meiner Aktivität am Tag, die bei unterschiedlichen Leuten komplett anders ausfällt. Also ein Büroarbeiter hat vielleicht einen Faktor von, also wenn wir jetzt jemand ganz Faules nehmen, von 1,6 oder 1,7 und jemand Aktiveres hat 2,5 oder noch mehr, dann habe ich meine Kalorienzahl, die ich mindestens, also Grundumsatz, die ich mindestens abdecken sollte. Ich mache mir wahrscheinlich jetzt keine Freunde, aber es ist einfach statistisch so, dass Frauen gerne so wenig Kalorien essen, dass sie schon unter dem Grundumsatz sind und dann funktioniert halt einfach leider gar nichts mehr, weder Gewichtszunahme noch Gewichtsabnahme noch irgendwas anderes Positives. Das heißt, also ich will jetzt nicht alle Frauen natürlich in die Kiste mit reindrängen, aber meistens hat man bei Ernährungsberatung eine Frau, wo sie sitzen, die zu wenig Kalorien zuführt, weil sie sagt, ich habe hier, das gefällt mir nicht an meinem Körper, zack, zack, zack und dann isst man immer weniger und immer weniger und immer weniger und irgendwann sagt der Stoffwechsel, jetzt mache ich gar nichts mehr. Und dann funktioniert das halt leider dann auch nicht mehr, okay. Warte, ich habe die zweite noch nicht beantwortet? Richtig? Habe ich noch nicht beantwortet, ja? Okay, die Verteilung, das kann ich dir nicht beantworten. Ja, weil das, nee, nee, nicht, dass ich es nicht will, sondern das ist, alles, was ich sage, ist jetzt falsch, weil ich kann es für dich beantworten und dann muss ich es für Sven beantworten, dann muss ich es für Nico beantworten und dann für die beiden und dann für die beiden da und jeder hat was anderes. Und selbst wenn ich es für dich ausrechne, wenn ich deine individuellen Informationen habe, Körpergröße, Körpergewicht, was bist du für ein Stoffwechseltyp, wie viel bewegst du dich und so weiter, heißt das auch nicht, dass wenn ich die Makros ausrechne, dass es 100% funktioniert. Es kann sein, ich rechne dir was aus und nach einem Monat muss ich es wieder verändern, weil es vielleicht doch nicht zielführend war und wir herausgefunden haben, du brauchst mehr Kohlenhydrate oder ich nehme dir ein bisschen die Fette weg oder wir schaffen das Protein-Ziel nicht oder so. Also deswegen, da geht es dann wirklich sehr ins Detail rein, da ist es dann viel nochmal ausprobieren, selbst wenn ich sehr viele Informationen habe. Also das soll nicht heißen, dass es schwierig ist, sondern es soll einfach nur heißen, dass das, was man ausrechnet, nicht in Stein gemeißelt ist und man es immer wieder adaptieren sollte oder adaptieren kann. Okay? Dimi? Zwei Fragen aus dem Chat. Okay. Die eine ist, Timing und Supplements, gibt es da was Besonderes zu beachten? Also die Frage ist, Timing, wann die Supplements zugeführt werden sollen? Genau, hast du da vielleicht Top 2, Top 3 Tipps? Es gibt ja sehr viele Supplements. Okay, also ich würde versuchen, rund um den Sport immer eine sogenannte Proteinsynthese auszulösen, also einfach im Körper eine Synthese auszulösen, dass der Körper weiß, jetzt findet eine sportliche Aktivität statt. Sagen wir mal grob, Stunde, eineinhalb Stunden vor dem Sport, Stunde, eineinhalb Stunden nach dem Sport. Einfach so ein Rahmen um den Sport. Proteinzufuhr, Sport, Proteinzufuhr. Das wäre mal eine Sache. Ansonsten so etwas Regeneratives für die Muskulatur wie Magnesium in den Abendstunden bevor man schlafen geht. So was. so in der Richtung. Zweite Frage. Jawohl. Die letzte Frage aus dem Chat ist, wenn man abends Heißhunger hat und alle Stricke reißen, was kann man da vielleicht tun, wenn man richtig Hunger hat? Okay. Die Frage ist, ich mag die Frage, die Frage, die aus dem Chat kommt, ist, wenn man Heißhunger, war das abends oder generell, oder? Wenn man Heißhunger hat, was soll man dann machen? Oder nachts am Kühlschrank. Auch wieder eine Proteinquelle nehmen, weil die super sättigend ist. Welche? Egal. Wenn du Bock hast, eine Thunfischdose zu essen, mach es. Muss nicht sein, aber mach es. Also Protein wird immer sättigend sein und wird, also man kann es kaum übertreiben mit dem Protein, deswegen wird es immer positiv funktionieren. Aber eigentlich ist der Hintergrund der Frage, warum ist dieser Heißhunger da? Wahrscheinlich habe ich den Tag über zu wenig gegessen oder beziehungsweise zu wenig Nährstoffe zugeführt und dann kommt dieser Heißhunger. Also das ist an sich die schlauere Frage, wieso passiert mir das mit dem Heißhunger immer wieder? Viele haben diese Probleme, aber wahrscheinlich haben sie einfach zu wenig gegessen und dann sagt der Körper irgendwann, jetzt, wo ist das Zeug? Gib mir das. Ja. Und wenn es was Süßes sein soll, gib mir die gute Süßigkeit. Wenn du sie mit Protein kombinierst, ist sie okay. Naja, ob du jetzt einen Apfel isst im Quark oder ob du jetzt sagst, ich esse einen Eiweißriegel und esse noch fünf Gummibärchen, schenkt sich nicht großartig viel, weil der Apfel hat Fruktose, ist Zucker und die Gummibärchen haben halt auch Zucker. Im Endeffekt ist es sehr ähnlich. Klar ist der Apfel etwas positiver, aber an sich registriert der Körper das als Zucker plus Protein und beim anderen halt auch Zucker plus Protein. Also wenn Proteinriegel als Alternative? Proteinriegel sehr gut. Es ist immer die Frage, Definition Proteinriegel. Ich habe keine Ahnung, was genau die Definition von Proteinriegel ist, wie viel Gramm da drin sein darf, dass der sich so schimpfen darf. Aber leider gibt es natürlich auf dem Markt sehr viele Riegel, die als Proteinriegel deklariert werden. Es sind aber keine Proteinriegel, da ist vielleicht Protein mit drin, aber da ist halt auch noch tausend anderes Zeug mit drin und das macht den Riegel dann nicht mehr wirklich zum Proteinriegel. Also Beispiel Snickers kennt ihr ja alle und es gibt auch Snickers mit Protein. Das ist einfach nur Snickers plus Protein. Das Protein ist nicht mal hochqualitativ, das heißt Sinn macht keinen. Da kann ich auch einfach ein normales Snickers essen, wenn ich da Bock drauf habe und eine Proteinquelle, die ich mir selber rausgesucht habe. Also aber da geht es einfach so darum, dass man so sagen will, hey für die Schleckermäuler gibt es jetzt auch Snickers mit Protein, das ist jetzt geil, aber es ist leider nicht so, weil es geht auch immer um die Qualität des Proteins und das ist in diesem Riegel nicht gut. Okay, habt ihr noch was? Ich hätte noch eine Frage. Sehr gerne. Woran erkenne ich gutes und schlechtes Protein? Die letzte Frage. Woran erkenne ich gutes und schlechtes Protein? Ich gebe dir eine Aussage, mit der du wahrscheinlich nicht so viel anfangen kannst. Die Aminosäure Leuzin ist sehr hoch dosiert. Und das steht auf der Verpackung? Das steht auf der Verpackung des Proteinpulvers auf jeden Fall drauf. Also wenn du ein Proteinpulver kaufst, egal von welcher Marke, steht es drauf, weil da steht das Aminosäurenprofil drauf. Alle Aminosäuren, die in dieser Proteinquelle drin sind und Leuzin ist eine von denen und das ist die hochwertigste. Und wenn die vom Anteil her sehr hoch ist, dann ist es ein qualitativ besseres Protein als ein anderes. Genauso kannst du natürlich, also ich weiß jetzt nicht, ob es um Supplements ging oder generell Lebensmittel. Eiweißriegel. Ja, ja, Eiweißriegel. Also klar, schau beim Eiweißriegel, wie hoch der wirkliche Eiweißgehalt ist im Verhältnis zu den Kohlenhydraten und zu den Fetten. Ein richtig guter Eiweißriegel schmeckt nicht so geil. Der schmeckt eigentlich wie gepresstes Pulver. Wenn er gut schmeckt, ist er wahrscheinlich nicht so gut, der Riegel von der Nährstoffzusammenstellung. Also ein sehr guter Eiweißriegel hat vielleicht 20, 25 Gramm. Ist schon ein guter Wert. Ist generell ein guter Wert für ein Lebensmittel. Also bestimmte Käsearten oder bestimmte Fleischarten oder so haben 20, 25, vielleicht auch, also wer das mag, Harzer Käse. Ich mag es überhaupt nicht. Aber sehr hoher Proteingehalt und hat keine Kohlenhydrate beispielsweise. Und so werden ja auch diese Eiweißprodukte produziert. Da wird einfach zusammen gemixt und wenn das ein sehr gutes Produkt ist, wenn wir jetzt einen Eiweißriegel nehmen, dann hat der super wenig Kohlenhydrate, einigermaßen geringe Fette und sehr viel Protein und vielleicht hat er noch irgendwelche zusätzlichen Vitamine und dann wird er dir nicht so gut schmecken. Aber dann ist es ein guter Proteinriegel. Das ist ein spannendes Thema, die Riegel. Okay, das war anscheinend die letzte Frage. Wenn es, und es wird es sicherlich, im Nachhinein noch mehr Fragen gibt, einfach an die E-Mail-Adresse von Topsports schreiben, euch informieren. Wenn ihr von mir was wissen wollt, werdet ihr über Topsports auch an mich rankommen. Und es wird weiterhin die nächsten Monate Specials von Seiten von Topsports geben. Ich weiß zwar nicht was, aber es wird vieles geben. Und ihr werdet auf jeden Fall auch darauf aufmerksam gemacht. Und ansonsten, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr da wart. Und ich wünsche viel Spaß weiterhin und wir helfen natürlich jedem gerne und supporten, wenn es besondere Anfragen gibt. Dankeschön. Applaus